Willkommen zurück zu Super Meat Boy Let's Play, zu meinem, äh, Chapter 5, Level 16. Ich hab mir was überlegt, und zwar spiele ich das Super Meat Boy Tabu! Und ihr kennt ja das, das Gesellschaftsspiel Tabu, in dem man einige Wörter nicht nennen darf. Das werde ich jetzt diese Runde auch mal machen. Und zwar verzichte ich auf folgende Wörter, nachdem ich sie vorgelesen habe. Scheiße, Mist, Kacke oder ähnliche Fäkalwörter, Ficken, Fuck und weitere Synonyme für den Kuitus oder die Penetration. Nein, nein und nein! Und das in etliche Form und selbstverständlich desoxymonokleinsäure. Auf diese Worte verzichte ich dieses Mal. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Das wird ein Mordspaß. Okay, da lang. Dann nicht. Oh, es ist schwieriger als ich dachte. Ich wollte es gerade schon raushauen. Den ersten. So, da lang, da lang, da lang. Ah, Moment mal. Na, ha, 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 ha. Grade A. Wer hätte das gedacht? Was ist das denn? Oh, was ist das? Was macht es? Ah, die kenne ich. Die, also, was ist kennen? Ich kenne so eine Abart aus Super Mario Bros. 3. Lange ist es her. Nein, hier schon wieder. Wo muss ich hin? Ich habe gerade Nein gesagt. Kann das sein? Okay, auf ein neues. Runde 2. Okay, im Ernst jetzt? Wo muss ich hin? Wo ist dieser blöde Schalter? Muss ich da hoch? Muss ich nicht? Wo muss ich denn jetzt hin? Was muss ich tun? Oh. Ah. It makes sense. Not. Geh weg! Oh nein. Das ist ja noch so eine beknackte Wand. Ich habe schon wieder Nein gesagt, ne? Okay, Runde 3. Genau. Ich sage einfach gar nichts mehr. Ach, Mann. So, sind wir da? Ach, Mensch. Ich habe unglaublich geiles Timing. Das wirklich armselige daran ist jetzt eigentlich, dass das überhaupt nicht schwierig ist. Ach, trotzdem stelle ich mich an wie der letzte Penner. Oder der erste. Weiß ich nicht. Nein! 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 Habe ich gerade Nein gesagt? Runde 4. Ja, ich hatte ein Problem. Die Leertaste hat nicht reagiert, wie immer. So. Hi, Bondage Girl. Oh. Nose. Wo zum Kuckuck. Da ist ein Schlüssel. An den ich mal gar nicht rankomme. Wie geil das ist. Ah, Teufel auch. Ich sollte mir was einfallen lassen, nachdem ich den Schlüssel bekommen habe. Soll ich vielleicht einfach weitersegeln? Und drüber hinweg. Ah. Ich habe irgendwie die Affinität, mir den Schlüssel zu holen und dann plötzlich mein Hirn auszuschalten. Dann so, oh, ich habe den Schlüssel. Jetzt brauche ich nichts mehr machen. Falsch, Freundchen. Falsch. Och, Mann. Mann. Das ist doch beknackt. Ja, geil. Geilo. Geilo. Matiko. Scheiße. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe es jetzt gesagt. Okay, Runde 5 oder 6 oder so. Ich weiß es nicht. Ich zähle nicht mehr mit. Das mache ich später. Jetzt nehmt diesen bescheidenen Schlüssel. Hu, 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 hu. Das zählt, das darf ich sagen. Das. 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 Ich glaube, ich kann sterben. Ach, Scheibenkleister. Mann! Ey, jetzt ist langsam hier Wense. Was soll ich machen? Ich kann nicht permanent aus... Oh, Mann! Ach, Fuck! Habe ich gerade Fuck gesagt? Ich spiele das Spiel nicht mehr. Also mein Tabuspiel. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich bin ein emotionaler Mensch. Nein! 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 Oh, nein! Diesen blöden... Oh, es leckt! Nein! Nein! Och, Mann! No, Fuck! Scheiß, Mist! Nein, Kacke! Deathoxyribonokliensäure. Jetzt hol dir diesen blöden, verfickten Scheiß... Schlüssel. Ach, okay. Letzter Versuch, dann... Dann, 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 dann... Dann mach ich noch einen Versuch und dann... Dann sollte es jetzt klappen und wenn nicht, dann... Arschlecken! Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Das war's für... Dieses Mal. Mann. Kacki.